Mein Name ist Hans-Georg Haut, ich bin Vorstandsmitglied bei der Wohnstättengenossenschaft Siegen-EG und wir haben uns heute getroffen hier in der Charlottenstraße in unserer Klimaschutzsiedlung NRW, um die Elektromobilität NRW vorzustellen. Wir haben uns bereit erklärt, mit dem Land NRW mitzumachen, der Energieagentur, und freuen uns, dass wir mit dabei sein dürfen. Also in unserem Unternehmen spielt Elektromobilität schon seit rund fünf Jahren eine Rolle. Wir haben jetzt die zweite Generation von Smarts bei uns angeschafft. Mit diesen Autos fahren unsere Regiearbeiter, besuchen unsere Mieter, bringen die Wohnungen in Schuss oder stellen Wohnungen vor. Und wir sind sehr begeistert, weil es nahezu geräuschlos geht. Wir können die Elektromobilität, die Autos bei uns zu Hause wieder aufladen im Büro. Wir brauchen nirgendwo mehr hinzufahren, um aufzutanken, machen wir alles bei uns und wir tanken mit saufem Strom. Die erste Erfahrung war, ich richte das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht, weil es absolut Spaß macht. Man hört nur noch das Geräusch der Räder. Ansonsten ist der Spurt einfach super. Also wir haben schon Audi A8 an der Kreuzung, an der Ampel stehen lassen. Das macht mir immer noch Spaß, wenn ich daran denke. Und es ist einfach eine Freude, Elektroautos zu fahren. Wir überlegen also demnächst auch unsere anderen PKWs umzustellen.